Wir befinden uns hier auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg auf dem ehemaligen Tanklager des Terminal 5. Die Bauer Resources wurde zusammen mit der Bauer Spezialtiefbau im Oktober 2022 hier als ARGE mit umfangreichen Sanierungsarbeiten beauftragt. Die Arbeiten, welche zum Teil direkt am Rollfeld stattfinden, sind aktuell die Austauschbogen mit einer BG30 aus eigenem Haus. Dieses Verfahren ermöglicht eine punktuelle, fast chirurgische Sanierung des Schadens bis in große Tiefen. Der Materialtransport zur Entsorgungsstelle erfolgt wegen der hohen Schadstoffbelastung mittels gas- und wasserdichter Deckelcontainer. Parallel zu den Austauschbohrungen wird eine Grundwasserreinigungsanlage betrieben. Die gesamte Realisierung der Baumaßnahme erfolgt von A bis Z durch die Firma Bauer. Die Karte der Baumaßnahme